Das ist die Madame-Order-Kundefreiserteam, mit der du gefahren bist, oder? Ja. Wir sind mit uns hoch, ob wir da. Ja, einer muss sie fassen. Nee, der muss selber gut, ey. So, und Dennis meldet sich jetzt gerade für die weiterführenden Grundschulen an. Mal gucken, ob das klappt. Oh, was war das? Was sagen wir nicht? Oh, was war das? Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, was ist das? Oh, das ist ja eine Baart. Hahahaha. Ist das spannend. Hm, das ist ein Paraguay. Ja, das kommt fertig. Schau mal aus. Ja. 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 Das ist immer die Fekte, die Schlaßung. Da ist immer ein Kava Racing-Tür in der Schrauben. Das ist immer noch eh wieder Sport, oder so. Endlich wieder Fettort. Ach, natürlich. Mal BWK-Bar, ne. Ne, lass mal. Ich möchte ja noch mehr Deppen abnehmen. Was willst du denn damit jetzt, ne? Ne, nix, nix, nix. Ich wollte gerade einfach so meine Unterschriften machen. Das wäre ja... Ab nach Simmen, ne? Ab aufs Klo. Ja, Achtung. Lichte. Lichte. Hopp. Haben wir alles. Brot mal.